Der Automatisierungsspezialist Hedwin erweitert sein Sortiment um den Avenger Pickup. Ein neu entwickelter Mist-Sammel-Roboter, der völlig autonom die Laufflächen reinigt und damit das Tierwohl verbessert und die Kosten für den Stallbau senkt. In diesem Video stellen wir euch das Gerät kurz vor. Der Avenger Pickup wurde speziell für den Einsatz auf planbefestigten Böden entwickelt. Er kann aber auch im Mischbetrieb auf festen Flächen und auf Spaltenböden verwendet werden. Über einen mittig zusammenlaufenden Schneckenrotor wird der Mist aufgenommen und nach hinten in den 450 Liter großen Sammelbehälter gefördert. Für eine leichtere Aufnahme kann der Mist vorab befeuchtet werden. Dazu hat der Roboter 70 Liter Frischwasser dabei. Die Düsen an der Rückseite sorgen für einen rutschfesten Boden. Um Emissionen und Gerüche zu verringern, können auf Wunsch flüssige Zusatzmittel automatisch beigemischt werden. Das Gerät orientiert sich dank moderner Sensortechnik völlig autonom. Hierfür sorgen Drehgeber in den Antrieben sowie einzelne im Boden versenkte Referenzmagnete. Dank seiner geringen Bauhöhe von gerade einmal 68 cm kann der Avenger Pickup problemlos unter Absperrungen im Stall durchfahren. Mit dem 1,80 m breiten Räumschild sind nur wenige Fahrten pro Laufgang notwendig. Der Roboter selbst ist nur 1,35 m breit. So werden die Tiere kaum gestört. In der Regel gewöhnen sie sich aber ohnehin schnell an das Gerät. Bis der Avenger Pickup serienreif war, haben die Roboter-Spezialisten aus Tirol zwei Jahre lang getüftelt. Die praktische Erprobung fand im eigenen Entwicklungsstall statt. Das Gerät fährt rein elektrisch. Es arbeitet leise und verursacht keine Emissionen. Die hochwertige Edelstahl-Konstruktion lässt eine lange Lebensdauer erwarten. Die Park- und Ladeposition dient gleichzeitig als Abwurfpunkt für den gesammelten Mist. Hierzu wird die Klappe am Unterboden des Aufnahmebehälters geöffnet und der Inhalt fällt nach unten heraus direkt in die Güllegrube. Die Routenerstellung und Bedienung funktionieren kinderleicht am PC, Tablet oder Smartphone. Im Handbetrieb lässt sich der Roboter auch manuell fahren. In beliebig einstellbaren Zeitintervallen reinigt der Avenger Pickup den Boden und gewährleistet so einen hohen Komfort für die Tiere. Stallbauten können deutlich einfacher und vor allem kostengünstiger ausgeführt werden, weil die Laufflächen nicht mehr unterkellert werden müssen. Der Roboter lässt sich aber auch problemlos in Altbauten integrieren, um beispielsweise ein bestehendes Entmistungssystem zu ersetzen oder einen Anbinde zum Laufstall umzubauen. In einer umfangreichen Betriebsreportage stellen wir euch den Hedwin Avenger Pickup demnächst noch ausführlicher vor. Dann erfahrt ihr auch, wie sich der Roboter bei seinen ersten Einsätzen in der Praxis geschlagen hat. Abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, um diesen Beitrag auf gar keinen Fall zu verpassen.